So, da trau ich mich aber nicht ohne unser Pferdi hin, natürlich, weil das ist tief, tief im Wald, wie es aussieht. Wir siegen den Polizisten. Ich weiß immer noch nicht, wer dieser erste Auftrag, den wir bekommen haben, wer das war. Ich weiß es halt nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Aber wir haben ihn schon erledigt, offensichtlich. Zufällig. So, da werden wir. Komm her. Ich mag unser Outfit. Ich mag es sehr. Gefällt mir richtig gut. So, das war Nummer 1. Nummer 2 können wir ein bisschen schneller erledigen, wenn wir hier hinreisen. Ihr wisst doch, wie es läuft. Um ein bisschen Zeit zu sparen, das Let's Play wird sowieso recht lang gehen. Gehe ich mal von aus. Also ich weiß jetzt nicht, bei welcher Folge wir sind, aber... Ein bisschen geht das. Und wir müssen nicht jeden an Grashalm umdrehen. Außer eben das, was wir hier schon sehen können. Was ist das hier nochmal? Fotolocation, ne? Na, dann schauen wir doch mal. Äh, was soll ich denn fotografieren? Riesiger Ginkgo-Baum. Stell dich neben das kleine Steinmonument unter der Kiefer und schieß ein Foto von dem riesigen Ginkgo-Baum. Neben das kleine Steinmonument. Das wäre also hier. Und der riesige Ginkgo-Baum ist jetzt welcher? Das da hinten vielleicht? Nein. Das ist er nicht. Ich habe keine Ahnung, was ein Ginkgo-Baum ist. Ich weiß es nicht. Das Ding hier? Nein, auch nicht. Muss ich direkt daneben stellen? Es ist mir leid. Ich weiß nicht, was ein Ginkgo-Baum ist. Vor allem, die sehen alle irgendwie riesig aus. Das ist er nicht. Neben das kleine Steinmonument. Das ist doch hier. Oder nicht? Doch, müsste er hier sein. So, und jetzt ein Foto von dem riesigen. Von dem riesigen Baum, natürlich. Das sind wirklich die besten Fotos. Kannst mir sagen, was du willst. Das sind die geilsten Fotos. Der gibt uns einen Auftrag. Mach ein Foto von einem Baum. Was sieht man? 90% vom Foto ist einfach... ein Pferd. Wir gehen ganz cool auf ihn zu. Ich will mich nicht von hinten heranschleichen. Nein, nein, nein. Komm her. Oh. Nice. Nice moves. Im Wasser. Komm her. Der hat einfach ein Flammenschwert. Ja, ist klar. Oh, der hat mein Outfit an, habe ich gerade gesehen. Ja. Er hat mein Outfit an und wir haben abgetragene Arbeitskleidung bekommen. Wo ist denn da der Sinn? Es gibt keinen Sinn. Okay, das... Wer ist das denn? Das ist ein Angler. Junge, hast du gerade gesehen, was passiert hier? Weißt du eigentlich, was wir hier gerade gemacht haben? Und du willst hier einen Fisch angeln? Vor allem ohne Faden. Oh. 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 Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir hauen ab. Wir holen uns den Polizisten. Ich würde gerne sehen, was es mit diesem Polizisten auf sich hat. Ob man vorher mit ihm reden kann oder vielleicht... Ihn überzeugen kann irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Na, na, das hast du davon, dich gegen deinen Herrn zu wenden. Mist. Wir wurden entdeckt. Föt ihn für mich. Hm. Der spinnt wohl. Der haut es echt ab. Oh. Okay. Bleib bloß hier, Junge. Der hat dich doch nicht angeheuert und... Oder? Was? Dokument des Polizisten haben wir bekommen. Das ist wahrscheinlich ein Schlüsselobjekt. Äh... Nein. Da unten, das hier. Ein Dokument, das einem Polizisten gehörte. Ein Dokument, fallen gelassen von einem korrupten Polizisten. Es beweist, dass der Polizist seine Position ausgenutzt hat, um einen Arbeitsvermittler dazu zu bringen, Männer für Verbrechen anzuheuern. Was? Was? Der hat... Okay. Wir reden mit ihm. Wir reden mit ihm. Wir gucken, was passiert. Ist das etwa der Böse hier? Dieser Arbeitsvermittler? Bist du der Böse? Kollege? Willst du mich eigentlich verarschen? Hi. Und ja, ich hab das Dokument gelesen. Ah, du bist zurück. Dieser Polizist war abschaubend, nicht wahr? Ich weiß nicht so recht. In der Tat. Er war ein verdorbener Mann. Er hat dir wohl Ärger gemacht. Du hast es herausgefunden. Na, was soll's. Ich gebe zu, ich wollte, dass er verschwindet. Deswegen habe ich dich geschickt. Aha. Die Lüge tut mir ja leid, aber er war dennoch ein zutiefst verabscheuenswürdiger Mensch. Du wirst für deine Dienste bezahlt. Also will ich keine Beschwerden hören, hm? Mhm. Nun, ich habe noch einen letzten Auftrag für dich. Ich dachte mir, es wird langsam Zeit, dass ich meine Hände in Unschuld wasche. Was? Du sollst einen Mörderding festmachen, der die Gegend hier terrorisiert. Für jemanden wie dich sicher ein Kinderspiel. Mhm. Du hast keine Skrupel, oder? Man braucht ein dickes Fell, um dieser Arbeit nachzugehen. Nimm's nicht persönlich, hm? Mhm. Diese M immer am Ende. Ich helfe dir, obwohl ich nicht will. Das weiß ich zu schätzen. Du bist in Ordnung. Weißt du das? Viel zu gut für einen Ronin. Mhm. So, was soll ich tun? Finde den Assassinen. Mhm. Da müssen wir eh hin. Neuer Ort. Das ist die Hauptmission hier. Diese Gegend hier. Ja, ja, ja. Okay, weißt du was? Wir machen das. Das interessiert mich ja schon, ne? Was mit diesem Assassinen ist. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich denke schon. Ja, alle Wege führen nach Rom hier. Oder nach Yokohama, besser gesagt. So, na ihr lieben Hasen. Gebt mal bitte Bambusblätter und Wildfleisch. Sehe ich auf dem Weg irgendwas, was uns weiterhilft. Hier war ich schon, ne? Das ist dieser Stein. Ja. Find the Assassin. Lustig wäre es, wenn der Assassine jetzt Ezio wäre. Das fände ich, das fände ich sehr witzig. Ich würde extra verlieren. Sag mal, ist das nicht er selbst? Wenn ich dich jetzt ausschalte, begraben wir die Wahrheit gemeinsam her. Nimm's nicht persönlich. Junge, so ein Dreckskerl. Danke, dass du den Polizisten aufgeschaltet hast. Aber wenn ich mit all dem nicht in Verbindung mit Brachten hergehe, musst leider auch du sterben. Natürlich. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Okay. Ich mach erst mal seine Lakaien fertig. Keine Ausdauer. Shit. Ah, verdammt. Das war er. Nein, das ist zu billig. Nein. Was, ein Finisher. Nicht wie geplant. Das glaube ich gern. Drachensperr. Ich hoffe, dass was gut ist. Soll ich jetzt nochmal einen Bericht abgeben bei dem? Spaß. Oh, ich werde erwartet in der edlen Residenz. Ja, ja. Weiß ich doch. Will ich da jetzt hin? Welche Mission ist das denn? Moment. Edle Residenz. Wo ist die Ware? Haben wir hier? Und kultureller Austausch? Nein, nichts. Es ist keine Mission. Vielleicht sollten wir das zuerst machen, bevor wir zur Hauptstory gehen. Ich gucke mir erst mal die Ausrüstung an, die wir bekommen haben. Bitte sag mir, da ist was Geiles dabei. Drachensperr. Nah, schade. Schwertpaar des Grünschnabels. Einfach besser als das, was wir haben. Aber nicht viel. Angriff bei Solo-Versuch. 15% nach oben. Das ist natürlich nicht so schlecht, ne? Das reicht mir leider nicht. Leider, leider. Schade. So, und die Waffe hier, die holen wir eh nie ein, glaube ich. Schade, dass der Drachensperr nicht gut genug ist. Ich würde den gerne versuchen. Aber nicht heute. So, das ist das. Gut, zum Glück. Kann man den aufbehalten. Alles andere auch. Let's go. Achso, ich wollte erst mal zu dem Dingens hier. Wie heißt er? Wir können vielleicht so Katzen, Lady. Was ist mit der Katze hier? Shit. Sammelrate 91%. Wo finde ich denn bitte hier die Katze? Das kann doch nicht wahr sein. Bevor ich zur Katzenlade gehe, müsste ich da mal hin, ne? Weißt du was? Ich suche mal gerade die Katze. Die ist zwar nicht angezeigt, aber ich laufe die mal ein bisschen ab. Und das schneide ich jetzt raus kurz. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt hier gelandet, weil ich gesehen habe, dass hier am Ufer so ein komischer Baum steht, der eigentlich gar keine Funktion hat. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Aber, hier ist ein Höhleneingang. Und dann gehen wir jetzt zusammen rein. So, also, was heißt zusammen? Ich habe hier schon Wandzettepat, da geht es hinten noch weiter. Und hier scheint irgendwas zu sein, aber ich weiß nicht, was es ist. Und wer das ist. Vor allen Dingen ein Flüchtiger. Wow. Keine Ahnung, wer das ist. Er ist stark. Hart stark. Alter, was das war einer. Er ist stark. Aber das war's noch nicht. Das war Ausdauer. Boah, Junge! Wir hatten ihn fast. Wir hatten ihn fast. Scheiße. Knapp, ganz knapp. Mist. Der ist noch stärker als Volker. Gefühlt. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Wir sind schon wieder tot. Alter, ist ja hart. Endlich mal ein... ...ein nötiger Kampf. Oh, oh. Ich halte die Waffe. Komm, 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 komm. Yes. Ich meine, die Blutrache haben wir schon mal. Alter, wir blocken hart. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder auf den letzten Drücker. Spezialgegner. Was ist ein Spezialgegner? Wo kommt der plötzlich her? Okay. Ich meine, ja, klar. Nehme ich safe mit, aber wer bist du? Und wo geht es da hinten hin? Ist hier die Katze? Ich war auf der Suche nach der Katze, Mann. Und da finde ich irgendeinen special, special Boss. Mit einer special Truhe. Die sieben Militärklassiker. Chidori Kreuzspeer. Oi, Chidori. Passt. Sorry. Aber das hatte nichts mit den 91% zu tun. Nö, nix. Das war einfach nur ein Gegner. Das war einfach nur ein kracker Specialgegner. Gibt es in jedem Gebiet so einen Gegner? Nein. Nein. Oder? So, was haben wir denn bekommen von dem? So. Schwarz-Eisensperr des Exzentrikers? Was ist das denn? Chidori Kreuzspeer. 224. Ja, ist nett. Ist ganz nett. Aber, ich glaube nicht nett genug, ne? Minus 43 im Gegensatz zu dem Ding hier. Das haut richtig drauf. Okay, Doppelkling haben wir auch nichts bekommen. Schade. Boah, das Ding sieht aber massiv aus. Das ist die Waffe, die er hatte, ne? Schwarz-Eisensperr des Exzentrikers. Vielleicht können wir ja, äh, seine Kleidung, oh, Tatsache, sein Hut. Haube des Bühnenarbeiters. Hat was. Äh, irgendwie. Einfache Dorfbewohnerkleidung. Ne, hier. Gewand des Bühnenarbeiters. Minus 21. Das. Weißt du was? Wir ziehen es einfach mal an. Weil es passt. Loyalistenhandschuhe. Oh, die sind stark. Die sind natürlich stark. Und schwarze Lederstiefel. Das wäre die volle Montur. Okay, wir lassen das mal. Es sieht einfach geil aus. Es sieht cool aus. Und wir haben es uns verdient. Es war ein Spezialgegner, ja? So, das bringt mir aber leider nichts. Mit unserem Vorhaben. Wo ist der Kater? Wo ist die Katze? Das hat mir nichts gebracht. Wer redet denn da? Okay. Ähm, ich glaube, ich gehe weiter auf die Suche nach der Katze. Vielleicht finde ich ja dann... ...wieder irgendwelche Spezialgegner. Aber von Spezialgegnern... ...hat irgendjemand uns schon mal davon erzählt? Das ist die Spezialgegner. Gibt es ja. Das ist ja absolut krank. Ich finde es komisch, dass die Katze hier nicht angezeigt wird. Warum nicht? Wo liegt der Grund, dass wir hier keine Katze angezeigt bekommen? Ist die hier vielleicht dahinter versteckt? Nee. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, wie wir an die Katze rankommen. Das ist... Ich gehe auf die Suche. Was anderes kann ich eh nicht machen. Also, bis gleich. Eine lange, lange Suche ist vorbei. Hier ist die Katze. Direkt vor uns. Man muss sie erst mal finden. Ich hoffe... Ich hoffe, dass sie nicht direkt abhaut. Bitte, bitte bleibt. Okay, sie bleibt. Sehr gut. Komm her. Wir streicheln dich. Du hast... Du hast gefälligst, dich streicheln zu lassen. Sammlung vervollständigt. Hiranumashinden. Das war eine sehr schwere Geburt. Aber 100%. Das war es mir wert. Ich muss wieder zu dem... Hier, zu dem... Beamten. An diesen Ort reisen. Moment, was ist das? Edle Residenz. Ja. Wir sollen ja hier hin. Warum auch immer. Zu Matthew. Perry. Oder? Und danach würde ich gerne zu unserer Katzendame. Alter, wie wir einfach aussehen. Ähm. Matthew? Nein. Hier ist er nicht. Hier dürfte er sein, ne? Da ist er doch. Na? Hier bist du. Ja, ja. Hier bin ich. Was ist los? Ich möchte dir... ...das hier geben. Du hast es dir wahrlich verdient. Was? Ich finde, wir sollten in Kontakt bleiben. Wärst du ebenfalls dafür offen? Äh, klar. Natürlich. Wir sind doch Freunde. Wenn ihr mich zu nichts zwingt. Natürlich. Wir sind doch Freunde. Warum nicht? Freunde. Das sind wir wohl. Nach diesem gemeinsamen Erlebnis. Meine erste japanische Freundschaft. Ich weiß nicht so recht. Ich habe nichts mehr zu sagen. Erstklassiger Whisky haben wir bekommen. Ja, klasse. Er hat nichts mehr zu sagen. Toller Freund ist das. So, Herr Beamter. Hier, pass mal auf. Hast du Flüchtige gefasst? Das habe ich. Und zwar mit Bravour. Was bekomme ich von dir? Offensichtlich nichts. Ich meine, Moment mal. Wie viele erhält dich nach 82 besiegten Flüchtigen? Wir haben 29. Nach 90 besiegten Fl... 90? Wir haben 29. Wo sollen die denn sein? Mein Lieber. Wo sollen die denn sein? Viel Glück da draußen. Ist das... Das ist nicht die letzte Map, oder? Kommt hier noch was dazu? Ich meine, ich würde es feiern, aber... Ja! Ja, let's go! Erstmal... Ausrüstung checken. Hier haben wir nichts Neues dazu bekommen. Kann ich alles verbraten? Kann ich alles verkaufen? 220. Unsigniertes Obachi. Brauche ich nicht. Ich habe hier mein Langschwert. 267. Mega krasses Teil einfach. Dann haben wir hier... Ja, das ist... Das ist okay. Das sieht schon ganz, ganz cool aus. Passt nicht ganz, ne? Aber... Die Stats, Freunde. Die Stats. Ist egal. Scheiß drauf. Sollen wir ein bisschen... Ein bisschen mehr... Herausforderung. Ein Segen, die Zukunft zu haben. Ihr versteht das. Ich will alles hier legen. Alles. Ja. Noch etwas? Nein, danke. Tschüss. Wobei... Äh... Nein, tschüss. Bis später. Und pass auf. Ja, ja, gleichfalls. So. Meine liebe Katzendame. Wobei, wir wollen ja erstmal hier zum Fotoatelier, ne? Äh... Das muss ich zurückgehen, glaube ich. Oder? Habe ich das schon? Habe ich schon. Doch, doch. Habe ich schon. Ähm... Dann will ich aber zu meiner Katzenlady. Und die ist hier. Mal gucken, was die dazu sagt. Dass wir so viele Katzen gefunden haben. Wir sind halt ein Katzenfreund. Wo ist sie? Äh... Hier, ne? Ja, da steht sie doch. Wunderschön wie irgendwie. Ich hoffe, es geht... Ja, ja, es geht mir super. Danke für euren Besuch. Ich bitte dich. Ich hab da was für dich. Ich hab eine Katze für dich. Wir könnten ihr Gesichtspuder und Pinsel geben. Wow, da freut sie sich bestimmt. Oder einen Alben Koboku. Das gebe ich ihr. Und zwar zwei. Es ist einfach perfekt. Wir sind halt ein Gönner. Ein Gönnjamin. Ein absoluter Gönnjamin. Ähm... Lass uns... Lass uns reden. Äh... Ja, gleich. Erstmal Katzensuche. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Ich bin so unfassbar froh, euch wiederzusehen. Ja, ich... Ich auch. Ich auch, meine Liebe. Ich auch. Äh, warte. Hier, Traktat über Scham würde ich mir gerne holen. Warum muss ich dafür... Warum muss ich das Ding kaufen? Das verstehe ich nicht. Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Ja, das hier. Warum muss ich das kaufen? Das ist so dämlich. Ich meine, wir haben doch extra Katzen... Willst ihr bald zurückkehren? Da ist Kimono. Ich muss gestehen... Dass ich euch schon jetzt schrecklich vermisse. Ich bin noch wieder da. Was kann ich für dich tun, meine Liebe? Danke für euren Besuch. Ja, ja. So, warte mal. Äh... Du wartest besser eine Weile? Nein? Lass uns reden. Nur wir zwei. Gerade noch musste ich daran denken, wie gern ich mit euch sprechen würde. Lasst uns diese kalte, grausame Welt vergessen. Ab jetzt existieren nur noch wir beide. Aber, aber, aber... Wärt ihr daran interessiert, zu sehen, wie ich für euch tanze? Oh, mein Gott. Gibt's dann ein Happy End? Ihr bringt mich noch ganz in Verlegenheit. Das gefällt dir auch noch. Das habe ich glatt ganz vergessen. Die Shamisen, die mich musikalisch begleitet, ist kaputt. Ich kann also doch nicht tanzen. Dann mach mich nicht so geil, Mann. Ich wollte schon länger eine in Auftrag geben. Doch leider kenne ich niemanden mit dem erforderlichen Geschick. Ich bin sehr geschickt. Darüber hinaus benötigt man eine Haut von feinster Qualität, wenn man eine herausragende Shamisen haben möchte. Äh, okay. Was die Seidenfäden anbelangt, die man für die Seiten braucht. Naja, dafür könnte ich mich auf der Stelle entkleiden und ein paar Seidenfäden aus meinen Gewändern ziehen. Nur ein kleiner Scherz von mir. Du kleine... Oh. Ihr scheint nicht sehr amüsiert darüber zu sein. Doch, ich hab doch gelacht. Wisst ihr, wärt ihr für mich nur irgendein Gast, wäre unsere gemeinsame Zeit bereits vorbei. Aber mit euch an meiner Seite fällt mir vieles ein, was ich gern tun würde. Ja, was denn? Ich frage mich, warum das so ist. Lass es uns herausfinden. Hm. Hallo, lass es uns herausfinden, verdammt. Was muss ich tun? Danke für euren Besuch. Ja, ich... Aber... Ich hab eine Frage. Es ist nichts. Oh. Damit wären wir dann doch fertig, oder? Ja, wir sind... Wir sind fertig. Ich mach Schluss. Nein, wir kommen wieder, wenn wir ein paar Katzen mehr gefunden haben. Ich glaube, das läuft aber ganz gut hier. Mit, äh, unserer Tatzendame. Tatzen. Wow. Einfach, einfach wow. So, wir könnten... Nein, ich möchte... Nein, nein, ich möchte hier die Hauptstory weiterführen, tatsächlich. Das möchte ich sehr, sehr gerne. Hm. Wo ist die Ware? Nummer 1. Nummer 2. Äh, Nummer 3. Nee, Nummer 3 und dann hier hin. Und das Ding müssen wir auch holen. Wo ist das? Eine Apotheke brauche ich nicht. Wir fliegen von hier einfach rein. Ins Verderben. Junge, Junge. Ja, das läuft ganz gut mit unserer Katzenlady. Ich bin sehr zufrieden. So, komm mal jetzt hier. Kein Stress. So. Das wird eine Punktlandung. Eine Punktlandung. Passt auf. Passt. Einmal das Ding hier hissen. Und dann geht's weiter. Zu ihm hier. Du da. Kannst du mir mal helfen? Wobei. Mein Freund. Ich habe Ware bei einem Straßenhändler bestellt. Aber die Lieferung dauert ewig. Auf den Straßen ist es so gefährlich, dass ich es nicht wage, ihn zu suchen. Okay. Du kannst scheinbar auf dich aufpassen. Würdest du den Straßenhändler für mich finden? Klar. Da musste jemand anderen fragen. Ich mache das. Natürlich. Wirklich? Vielen Dank. Aber nicht umsonst. Ich erinnere mich, dass der Mann sagte, er käme immer an einem großen Ginkgo-Baum vorbei. Gerüchten zufolge sollen dort Banditen umherstreifen. Und ich hoffe, es geht ihm gut. Okay. Was? Finde ich denn Hausierer? Hodogaya-Station. Wo ist die? Die müsste ja hier irgendwo sein. Ist das die? Hodogaya-Station. Das lese ich mir durch. Eine Station in Hodogaya, Kanagawa und die vierte der 53 Stationen des Tokaido. Im Jahr 1601 beauftragte Tokugavas Saibai Karube damit, eine Station als Daimyo-Unterkunft, örtlichen Regierungssitz und Großhändler zu errichten. Die späteren Besitzer des Gasthauses übernahmen Karubes Namen sowie seine Verwaltungspflichten. Der zehnte Saibai Karube spielte eine entscheidende Rolle beim Bau der Straße nach Yokohama, nachdem der Hafen der Stadt für den ausländischen Handel geöffnet worden war. Haben wir hiermit gefunden. Klasse. Da gehen wir auch gleich hin. Erst einmal... Ihr wisst es doch. Der Typ, der da hinten auf uns wartet. Den schnapp ich mir. Jetzt hab ich echt eine andere Mission angenommen. Wo ist denn das? Okay, das ist hier. Wo ist die Ware? Ja, da können wir nochmal hin. Aber nicht jetzt. Hallo? Na? Wie wär's, wenn ich einfach den hier... Nein, 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 das ist das zu läppig. Wir haben ihn einfach mit den eigenen Waffen geschlagen. Alter. Oh, Moment. Da ist doch bestimmt eine Kiste, oder? Da ist eine Kiste. Bevor wir nochmal zurückkommen. Schriftrolle des Charmes. Klasse. Okay. Jede Menge Stuff. Jede Menge Stuff. Wir holen uns die Katze. Und dann gehen wir aber hier. Zu Schatten von Yokohama. Ich hab's versprochen. Ich muss es einhalten. Sonst machen wir das nie. Ich werd sonst von 100.000 Sachen abgelenkt. Es ist schlimm. Es ist absolut schlimm. Fuck. Die Katze ist... ...ne Abfucker Katze. Geh wieder schlafen, bitte. Muss ich mich wieder entfernen, damit die sich beruhigt? Shit. Natürlich. Jetzt, wo ich nicht drauf achte, ist das so eine Katze. Was auch sonst. Wir sind gleich da. Bitte hau nicht ab. Bitte hau nicht ab. Ja, leg dich einfach hin. Okay. Wow, diesen Weg. Ja, okay. Weißt du was? Wir kommen eh wieder. Ähm, hi. Mein Freund. Ist das so? Ich spare dir das. Kommt zum Punkt. Huguru Katsura schickt mich. Mehr musst du nicht wissen. Uff. Sehr charmant. Soll mir recht sein. Solange ich bezahlt werde, kann mir egal sein, wer du bist. Mhm. Ich habe soeben beobachtet, wie ein paar verdächtige Samurai in dieses Gasthaus gegangen sind. Das müssen die sein, die du suchst. Ist das so? Vermutlich werden sie die ganze Nacht über abwechselnd wache stehen. Schlag am besten im Morgengrauen zu. Oder jetzt. Ich gehe jetzt dorthin. Komm zurück, sobald du den Brief hast. Ich warte hier. Mhm. Und was ist deine Aufgabe, wenn ich fragen darf? Oh, Mission beginnen. Hui. Ähm. Kooperation. Verbündete auswählen. Matthew Perry können wir mitnehmen. Was? Was? Du willst mich doch verarschen. Beitritt nicht möglich. Verbündete 1, Verbündete 2. Der ist stark. Wir nehmen den mit. Klar. Mission beginnen. Komm, wir gehen direkt rein. Interessant. Zeit für mich zu glänzen, was? Verwende deine bloßen Hände. Ich helfe gern. Ohne sie zu töten. Ohne sie zu töten. Wenn du Gnade zeigst, wird dir das deine Verbündeten dazu fahren lassen, dasselbe zu tun. Shit. Okay. Das war der erste. Leute. Ihr sollt niemanden umbringen. Wo sind die? Es ist sehr dunkel hier drin. Wir sind einfach Ninja, der hier reinkommt. Es geht hoch, oder was? Hey, wo geht's denn hier lang? Ja, der ist nicht tot. Das ist auch der Plan gewesen. Oh, da hinten geht's weiter. Nein, 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 nein. Dreh dich bitte wieder um. Nein, 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 nein. Mach dich da rein, Sushi-Dash! Ich hab keine Ahnung wer wer ist, aber ich schlag mal zu. Ich hab keine Ahnung. wir haben den einfach mit ihren schwertern gegnerische anführer besiegt das war deren anführer okay cool und wir haben niemanden umgebracht begrenzte todesopfer auf ein minimum genau das was wir getan haben so was jetzt finde den brief der ist wahrscheinlich oben gibt dir keine mühe dein anführer ist schon im eimer wo ist der brief wo ist der brief also ernsthaft wo ist der brief ist das der brief da muss das safe irgendwo sein oder wir können hier speichern oder was das werde ich tun ja öffnen und jetzt kommt was weit oder nicht da hinten ist eine kiste brief gefunden oder was alte schriftrolle wenn sie monose mit der fuck wir sollen den ohne waffen umbringen was für rückzug alter mal sehen wie dir mein speer schmeckt der schmeckt bestimmt super ja 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 aber ohne waffen so ein riesen bin sehr stolz wenn ich das schaffe einfach so sprich mit dem informanten wo ist der ist ja draußen direkt vor der tür hier war aber nicht mehr ich mache gerade den hier mit schon fortsetzen was so ja scheiß drauf müssen wir wieder raus ich muss wieder raus freunde komme ich hier raus das sieht gut aus ja auch zum informanten alter ohne waffen wie absolut krank bin ich denn moment mal hier was ist das berühre das bahn auch was so ist ja gut ab zum informanten erzähl mal was ist jetzt gute arbeit also den brief kannst du mir geben was machst du da wie was machst du da nein ich überbringe ihn persönlich ich bringe den brief zu tucker vergiss es was hast du da gesagt du willst beide seiten gegeneinander ausspielen oder nein tue ich nicht gib es zu ein verrat also ja tugendhaftigkeit kann sich heute keiner mehr leisten ich muss sehen wo ich bleibe ist das so verwerflich ja natürlich ist das verwerflich man jetzt mach schon gib mir den brief mach keinen stress was kann ich tun muss ich dir etwa wehtun einschüchtern ich bezahle ganz sicher nicht auf ewig was mögest du auf ewig schweigen ihn töten am liebsten ja aber hör auf du wirst es noch bereuen nein ich will ihn einschüchtern er scheint ja ein ziemlicher schisser zu sein muss ich dir etwa wehtun du meine güte bist du vielleicht ätzend was Junge macht dass du wegkommst okay die haben das alle gemacht Rioma Matthew okay ich glaube was überreiche Katsura den brief das werden wir tun und dich kann ich noch aufschlitzen wohl nicht sag mal wo bin ich her eigentlich ich bin doch hier ja die Katze die muss ich mir auf jeden Fall schnappen da führt kein Weg dran vorbei die Katze wir haben hier noch eine Kiste und natürlich die Hausierer oder den Hausierer muss ich hier noch finden also es gibt noch ein bisschen was zu tun aber das machen wir nicht mehr heute Freunde ihr wisst doch wie es läuft wir machen das mit unserer wunderschönen Maske in der nächsten Aufnahmesession ich hoffe ihr hattet viel Spaß ich hoffe ich habe keine Fehlentscheidung getroffen die laufen ja alle fröhlich an mir vorbei wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dann adios amigos ciao ciao